Ich kann etwas spüren. Ein uralter Geist. Er schläft. Der Uralte. Ein Urzerk, der Zeuge der Erschaffung des Overminds war. Du willst, dass ich ihn aufwecke, oder? Wenn ihr wahrlich die Macht von Zerus sucht, werdet ihr den Uralten brauchen. Meine Königin. Feindliche Urzerk sammeln sich in der Nähe. Sie werden angreifen. Sie möchten euch davon abhalten, mit dem Uralten zu reden? Was werdet ihr tun? Immer das, was meine Feinde am meisten fürchten. Ihr seid auf dem rechten Weg und braucht meine Führung nicht länger. Lebt wohl, Carrigan. Das ist also der Uralte. Um diese Kreatur zu wecken, müssen wir ihr Nahrung zukommen lassen. Hier gibt es jede Menge Biomasse. Wir töten diese Quillgore und unsere Drohnen können das Fleisch ihrer Kadaver verwerten. Sobald die Drohne mit der Verwertung fertig ist, bringt sie die Biomasse zum Uralten. Wir werden dein Fleisch verschlingen. Achtung! Eine große Gruppe Flugeinheiten der Urzerk macht sich bereit, den Schwarmcluster anzugreifen. Mortalisken wiederhergestellt. Bereit für deine Armee. Werden Rechte der Urzerk vernichten. Streitkräfte der Urzerk sammeln sich in der Nähe. Wahrscheinlich werden sie erneut angreifen. Sollen sie es nur versuchen. Das wollte ich auch kurz sagen. Dann sollen sie doch mal gern. So, gut. Wir sind wieder in unserer Zentrale. Füttern sie den Uralten. Das finde ich ganz sweet, dass wir den so ein bisschen füttern müssen. Dieses Rode Quillgore ist unser erstes Ziel. Kriegen wir los. Jetzt sofort, weil wie ich das gedacht. So, warten wir vor, wir jetzt hier loslegen. Schauen wir uns mal ganz mal unsere Base an. Okay, hier oben haben wir unsere Rohstoffe. Das ist auch ein bisschen Loder besetzt. Dann können wir euch da mal gleich zwei heranschicken. Wir morfen ja gerade wieder ein paar neue Drohnen. Gut, das sind die Mutalisken, unsere Flugeinheiten. Die haben wir hier gerade neu bekommen. Kerrigan, unsere gute, haben wir natürlich auch. Mal gucken, wie viele Einheiten wir so haben. Naja. Gut, was ist das hier? Achso, das ist noch eine Mutti. Gut, eine Mutti haben wir auch. In der Mission, in der Kampagne kann man aber immer noch keine neuen Larven hier draufkotzen. Also brauchen wir die eigentlich nur im Angriff. Wir brauchen mehr Mineralien. Mehr Mineralien, okay, gut. Hier haben wir die ganzen Upgrades, das ist soweit alles gut. Welche Gebäude haben wir zur Verfügung? Oha, okay, Bärslinge können wir uns holen. Für die Verteidigung haben wir ehrlich alles. Haben wir hier eine, wie heißt das, Blutschleimpool haben wir auch. Gut. Und, ah ja, genau, die Schüsslinge, also die Mutalisken können wir uns ja jetzt hier neuerdings beschwören oder morfen sie auch immer. Gut, dann würde ich sagen, ob es eigentlich klar gehen kann, oder nicht? Ist sogar so heftig, dass wir die... Okay. Wer hat dich raus damit? Wer erwähnt uns ja wohl anscheinend. So, befehlen sie der Drohne, die Biomasse zu verwerten. Unsere Drohne kann die Biomasse dieses Quilgur verwerten. Der Prozess ist langsam und unsere Drohne ist währenddessen schutzlos. Wir müssen sie verteidigen, während sie die Biomasse verwertet. Gut, dann geht da mal hin, meine kleine Drohne. Du bist hungrig. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich check mal kurz hier nochmal ein bisschen die Umgebung. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel... Wir müssen diese Biomasse schnell einsammeln. Ich spüre etwas in der Nähe. Urzerk. Aber es ist klein. Ja, gut. Was ist das denn? Mächtige Sequenzen. Sehr gut. Erreichen, Essenz absorbieren, stärker werden. So, gut. Ja, das haben wir schon wieder. Wir sind schon wieder schneller, als das Spiel hier möchte überhaupt. Wir haben gerade noch einen Bonus-Zier bekommen. Absorbieren sie die Uressenzen. So, Verwertung. Okay, das ist gut. Was jetzt? So, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, hier oben perfekt. Das sammeln wir nochmal schnell nochmal ein. Hier gibt es dann noch breiter Rohstoffe. Das ist ja immer ganz praktisch. Hier oben war nichts mehr, oder? Nee. Erwertet in 3, 2, 1. Fertig. Verwertung erfolgreich. Sehr gut. Die Biomasse wird zum Uralten transportiert. Sehr gut. Der Schwarm schläft nie. Das sieht doch gut aus. Lass uns das hinter uns bringen. Die Biomasse wurde verzehrt. Der Uralte wird noch mehr benötigen, um zu erwachen. Dann such noch mehr, Quilgor Isha. Ja, meine Königin. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Quilgor entdeckt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihre Biomasse sichern wollen. Ja, 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 ja. So, hier haben wir den nächsten. Aber um die brauchen wir gar nicht so eine dicke Armee, so wie es gerade aussieht. Jetzt brauchen wir erstmal wieder hier eine Drohne runter. Ähm. Da nehmen wir immer dieselbe Drohne an sich. Raus damit. Diese Welt gehört mir. Wir haben uns noch eine kleine neue Armee hier geholt. Wir pumpen auch erstmal nur Wirtschaft noch ein bisschen. Kann ja gar nicht so groß schaden. Weiter vorrücken. Ich höre. So, können wir da schon... Boah, sieht doch ganz so wild aus, oder? Schneller Tod, als man denkt. Hier, ich meine, wir haben noch Muttis an der Front. Mit Mutti geht das alles. Nichts stellt sich mir in den Weg. Mit Mutti ist das alles no Problem. Los jetzt. So, hier wieder noch ein bisschen hier von dem Vespinengas bekommen. Das ist auch perfekt. Wir haben nicht viel Zeit. Stirb einfach. So, die machen das dann. Dann bin ich hier nochmal kurz in der Base und hole mir nochmal ein paar Flügeldinger. Ich höre. Weil ich glaube, ich sehe gerade... Oh, ich kann hier einfach mal so gerade morphen, okay? Eieieiei, shit. Ich bin hier gerade nicht aufgepasst. Komm schon. Deine Mami wird mich verschlingen. So, hast du das hier mittlerweile abgebaut? Ja, sehr gut. Gut, hier können wir uns eigentlich dann nochmal schnell eine zweite Expansion holen, wenn wir darauf Bock haben. Und Drohne 8, das würde ich sagen, einfach mal eine Gamla-Drohne. Die schicke ich mal hier vorne hin. Ähm, noch ein paar Mutalisken. So, meine Mami ist ein bisschen geschwächt, jetzt. Dann grasen wir nochmal die Map ab. Gut, da unten ist noch so ein ganzer Trupp. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ah, genau. So, und dann machen wir die mal hier schnell. Los jetzt. Keiner darf überleben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Sie darf den Verhalten nicht erwecken. Zerstört das Fleisch. Überlasst ihr absolut nichts. Wir müssen sie aufhalten. Unsere Streitkräfte können ihre Stoßtruppen abfangen. Wah, zurück, zurück, zurück. Quilgore Biomasse wird angegriffen. Schnell, 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 schnell. Das darf nicht sein. Weiter vorrücken. Raus damit. So, wir haben soweit alles abgewehrt. Das sieht doch ganz gut aus. In der Zwischenzeit holen wir uns einfach super viel Flieger. Diese Biomasse gehört dem Schwarm. Du hast meine Aufmerksamkeit. So, einmal abbauen, bitte. So, unser Mehl ist, wie gesagt, ein bisschen geschwächt. So, meine Drohne ist aber unterwegs. Da holen wir uns auch schon wieder die nächste. Das sieht doch mal gut aus. Ich versuche mir jetzt mal, sich nicht anzustrengen. So, komm schon, weiter vorrücken. Genau, weiter vorrücken. Nein, das war... Du hast recht, alles klar. Hast du mal wieder recht. Eskort unterwegs. So, kommen wir gleich noch mehr. Oh ja, holen wir uns auf jeden Fall noch mal ein paar Zerklinge an sich. So, du bist dann acht. Was jetzt? Hier war das doch oder nicht? Diese Welt gehört mir. Wann das jetzt? Fuck. Und jetzt zerstört mich? Ah, die. Das hat uns zerstört mich gut. I don't like it. Lasst uns das hinter uns bringen. So, was haben wir hier unten noch? Vielleicht kommen wir mal ein paar neue Zerklinge nach. Ah, dann müssen wir hier, kann man noch ein bisschen aufräumen. Wir haben nicht viel Zeit. Perfekt. Wo haben wir hier viele? Oh, fuck ey. Haben wir da viele drauf, ey. So, gut. Diesmal haben wir es doch echt besser unter Kontrolle. Ähm. Zerklinge. Und hier holen wir uns noch ein paar Mutalisten. Wespinglas, ja, das ist auch schon wieder, habe ich es auch schon wieder vergessen. Oh, das vergesse ich doch immer unbedingt. Kein Wunder, dass ich so ein Wespinglas-Problem habe. Mensch, das wollen wir aber nicht. Dann lassen wir mal ein ganz paar hier, damit das hier gedeafft bleibt und der Rest geht in Angriff, würde ich sagen. Das müsste eigentlich so hinhauen. Gut, dann splittern wir einfach mal ein bisschen unser Team. Ich hoffe, es ist halt so wild. Oh, 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 oh. Na gut, dass Kerrigan nicht mitgekommen ist. Na, das ist erstmal hier auf die Kleine, damit wir nicht neue Nachgesuchte werden. Da habe ich es auch gesagt. So. Randa, 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 randa. Raus damit. Eskorte. Eskorte. Okay, ich würde sagen, haben wir gesichert. Gut, gesichert, gesichert, gesichert. Dann können wir hier das nochmal gleich mit niederreißen. Grauf da! Zerklänge! Kontrollpunkt erweit. Schnell und schmerzlos, muss man sich sagen. Meine Zeitlinien gehen wirklich ganz gut ab. Wir brauchen unsere Streitkräfte, wir werden angegriffen. So, da holen wir uns immer ein bisschen mehr Westpiengas, würde ich sagen. Oder was sagt sie dazu? Mal ein bisschen mehr, wenn wir Westpiengas holen, daran soll es nicht scheitern. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, mein kleiner Gammler. Wer hat dich gefragt? Los jetzt! Auf da! Alles angestrengt. So. Zerklänge unterwegs. Oh, neue Armee gefunden. Really? Ist das so? So, mittlerweile haben wir schon so eine Riesenarmee, ey. Ja, mittlerweile haben wir schon so einen dicken Trupp, wir machen das mal alles verkratzt hier. Was haben wir denn hier? Auf da! Die Grasen hat alles so fix ab. Die Grasenzerk werden unsere Drohnen angreifen. Du wirst gierig! Es wird dein Verderben sein! Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Ich fühle mich stärker. Ist dies die Macht von der Zeratul-Sprache? Ja. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. Eine Drohne wird von Brax Streitkräften angegriffen. Na, komm schon! Ah, Kerrigan, was machst du da? Boah, aber ich hab so eine dicke Armee einfach. Leider ein bisschen zu deckt, glaube ich sogar. I'm sorry. Ach, genau, klar. Hier muss ich auch wieder einen einen ranschicken. Warte, wo war das hier? So. Gut, wo ist meine Kerrigan? Meine Kerrigan. Die kann auf jeden Fall hier nochmal kurz hinlaufen für die Bonusmission. Hoch, da, hoch, da, hoch, da. So, gut, dass wir jetzt mittlerweile schon unsere Flieger haben. Okay, wir brauchen mehr Einheiten. Da brauchen wir ein paar hier hin. Okay, wir sollten jetzt mal wirklich ein bisschen aufpassen hier, ob die Eins eher nach und anderen machen. Weil wir versuchen uns gerade hier wirklich mehrere Dinger gleichzeitig hier zu holen. Von diesen ganzen behinderten Biomassen. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. Die ist schon wieder genast. Die ist schon wieder genast. Die ist schon wieder genast oder was ist hier los? Was ist da los? Oha, jetzt wollen sie sogar richtig meine Base angreifen. Jo. Sieht gut aus. So, warte mal. Wo haben wir da eigentlich jetzt noch einen von diesen seltenen? Right. Kerrigan, zieht zurück. Ich würde gerne noch eine von diesen Essenzen finden. Wo ist denn noch eine? So eine. Ah, hier. Hier müssen wir nochmal ein bisschen was verteidigen. So, meine Drohne ist unterwegs. Sehr gut. Können wir eigentlich noch mal ganz kurz mal ein ganzes Armee rausholen. Zurück, zurück, zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Ah. Und die Bonus müssen wir nicht ganz zu Ende bekommen. Verteidig den Schwarmcluster. Verteidig den Schwarmcluster. Verteidig den Schwarmcluster. Ja. So, gut. Wir sollen Brack töten, den alten Sack. Ja, wo war's mal machen? So, Armee ausschweren. Jetzt gibt's das hier ganz gut nochmal wegen der einen Bonus-Mission hier noch. Boah, hier können wir eigentlich alles nochmal kurz drüber laufen. Ich mein, es gibt ja richtig gut hier... Wir haben nicht viel Zeit. Was jetzt? Wie sagen wir, das haben wir noch nie früher gemacht. Der Schwarm schläft nie. Oh, Brack töte. Brack, 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 Brack. Lasst uns das hinter uns bringen. Diese Welt gehört mir. Zugriff, Zugriff, Zugriff. Gleich von zwei Fronten angreifen. Und wo bleibt Kerrigan? Kerrigan kommt noch hinterher gelaufen. So. Hey. Wer kommt denn da aus dem Boden gekrocken? Ich kehre zurück. Uralter. Ich bin wegen der Macht Zerus hier. Ich werde alles opfern, um mein Ziel zu erreichen. Du wirst mir helfen. Dein Schwarm trägt das Mahl von Amon. Dem gefallenen Xel-Naga. Vor langer Zeit kam er nach Zerus. Er formte die Zerk zu einer Waffe und brachte sie fort. Doch einige von uns blieben unentdeckt. Verborgen. Wir vermehrten uns. Wir bleiben rein. Wenn du unsere Kraft suchst, musst du Uhrzerk werden. Du musst rein werden. So, Erfolg errungen. Oh, da fehlen uns sogar zwei. Was haben wir denn? Verändern sie das Erwachen des Uralten, dass mehr als drei ihrer Drohnen getötet werden. Okay, schade. Zerschönen sie das Erwachen des Uralten auf dem Schwierigkeitsgrad mal. Vier Schwarmstöcke. Der Uhrzerk. Okay, ja, Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht ganz gemacht. Aber wie gesagt, ist jetzt glaube ich auch nicht allzu wild. Leider haben wir genau das mit dem Machtpunkt nicht ganz hinbekommen. Verstrichene Zeit 1944. Erfolg. Und ich würde sagen, ja, das ist doch das, was wir wollen. Eine letzte kleine Mission wieder gewesen. Das Erwachen des Uralten. Und ja, Freunde, haut rein. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao. Ciao.